Ich weiß nicht, was das alles soll, was man so sieht und hört. Der Rummel um den Euro, ist das die Sache wert? Ich weiß nicht, was das alles soll, wo wir so fleißig waren. Deutschland ist ein reiches Land und jetzt müssen wir sparen. Schon Wahnsinn, schon Wahnsinn, der Standort BRD. Wenn ein Ruck durch unser Land geht und man sitzt im ICE. Und das Gerede von den Renten, was sollen die Prognosen? Das wird schon alles irgendwie und auch die Arbeitslosen. Das regelt schon der Markt, na klar, das regnet sich alles ein. Und außerdem, es müssen ja nicht alle glücklich sein. Schon Wahnsinn, schon Wahnsinn, der Standort BRD. Das Thema ist inzwischen wirklich mega out. Ich setz mich in die Küche hin, les Bio-Lack, ich mein. Wer will denn schon so braun wie ein Asylbewerber sein? Schon Wahnsinn, schon Wahnsinn, der Standort BRD. Wenn ein Ruck durch unser Land geht und man sitzt im ICE. Und was ist mit den Nazis, darf es so Leute geben? Das ist doch, na wie hieß das früher, unwertes Leben. Da fällt mir wirklich nichts mehr ein, der Brechreiz wächst enorm. Und wenn er wieder nachlässt, kommt die Rechtsstreif-Reform. Sind das denn echt Probleme? Was soll der Streif, mein Gott? Die meisten schreiben sowieso Mallorca schon mit J. Schon Wahnsinn, schon Wahnsinn, der Standort BRD. Wenn ein Ruck durch unser Land geht und man sitzt im ICE. Danke schön, vielen Dank. Danke schön.